Karl Zittl war ein evangelischer Theologe und Politiker. Er war einer der führenden Vertreter des kirchlichen Liberalismus in Baden-Leben. Zittl studierte in Jena, wo er 1821 Mitglied der jenaischen Burschenschaft und 1822 des Korps Saxonier Jena wurde. Er war seit 1834 Pfarrer in Barlingen, seit 1849 in Heidelberg. Von 1842 bis 1851 war er Mitglied der Zweiten Kammer der Badischen Ständeversammlung. Wo er 1845 durch seinen Antrag zugunsten der Religionsfreiheit Bekanntheit erlangte, gehörte er dem Vorparlament an. Zittl vertrat vom 24. Mai 1848 bis zum 30. Mai 1849 den Wahlkreis Karlsruhe in der Frankfurter Nationalversammlung. Wo er zur Casino-Fraktion zählte, war er Abgeordneter im Erfurter Unionsparlament. Später gehörte er zu den Gründern des Protestantenvereins und redigierte mit Heinrich Eltestehr und Karl Hase die von 1857 bis 1864 erschienene Erbauungsschrift der Sonntagabend. Sein Sohn Emil Zittl war seit 1874 Dekan in Karlsruhe und Mitglied der Badischen Generalsynode. Sein Sohn Karl Alfred von Zittl gilt als Begründer der wissenschaftlichen Paläontologie.